Automatische Edits und Importe sind zwei relativ ähnliche Sachen in OpenStreetMap. Die haben ähnliche Probleme, aber es gibt auch Unterschiede. Ich werde versuchen, das beides in einem Talk hintereinander abzudecken. Erstmal rede ich über die automatischen Edits und später kommen wir noch zu den Importen. Was ist eigentlich ein automatischer Edit? Wir sagen auch mechanischer Edit, das benutzen wir so ein bisschen austauschbar. Also normalerweise haben wir so ein Setup bei OpenStreetMap, wo wir die zentrale Postgres-Datenbank haben. Dann gibt es das API, das über das API wird auf die Datenbank zugegriffen. Und normalerweise passiert das durch einen Editor, zum Beispiel JOSN, den Offline-Editor oder den Online-Editor. Und da sitzt dann normalerweise ein Mensch dran und klickt irgendwas und macht irgendwas. Wenn ich jetzt von einem automatischen Edit spreche, dann denken die meisten Leute an ein Bot, an ein Stück Software, das jemand geschrieben hat, das direkt auf die API zugreift, um irgendwelche Änderungen automatisch zu machen. Das stimmt auch. Es gibt solche Bots. Allerdings trifft die Definition nicht alles. Eigentlich müsste man die Definition schon etwas größer fassen, weil auch mit dem JOSN, auch mit einem normalen Editor, kann ich automatische Edits machen, indem ich zum Beispiel eine große Menge Daten runterlade und dann Suchen und Ersetzen mache. Indem ich sage, ersetze mal alles, was mit dem Tag versehen ist, durch ein anderes Tag oder sowas. Selbst wenn ich einzelne Aktionen mache mit der Maus im Editor, kann das immer noch einen mechanischen Charakter haben. Ich erinnere mich da so an meine Studienzeit, als ich Bücher kopiert habe. Der eine oder andere von euch hat das sicherlich auch. Das ist zwar eine manuelle Tätigkeit, aber sie ist relativ gedankenlos. Also man macht da eine Aktion, ohne hinzugucken und kopiert irgendwie 500 Seiten hintereinander. Sowas ist auch ein mechanischer Edit bei OpenStreetMap. Selbst wenn technisch gesehen ein Editor-Programm und ein Mensch davor sitzt. Also die Definition, die ich vorschlagen möchte, ist ein automatischer oder mechanischer Edit, ist jeder Edit, der ohne Ansehen des Einzelfalls durchgeführt wird. Also wenn ich im Editor tatsächlich an irgendeine Stelle zoome und da irgendwas ändere und sehe das derweil vor mir, dann ist das kein automatischer oder mechanischer Edit. Aber wenn ich im Editor sage, ersetze alles, was so getaggt ist, durch was anderes und am Ende habe ich fünf Stellen geändert, die ich noch nie in meinem Leben auf der Karte gesehen habe, dann ist das ein mechanischer Edit. Und für solche mechanischen Edits haben wir Regeln. OpenStreetMap hat nicht so viele Regeln, aber in dem Bereich der automatischen mechanischen Edits und Imports gibt es schon relativ strenge Regeln. Und das wesentlichste Element von all diesen Regeln ist, vorher drüber reden. Also während von einem normalen Mapper nicht das erwartet wird, dass er mit irgendjemand redet, der kann einfach sich einloggen und irgendwas ändern, was er gut findet, wird von jemandem, der einen automatischen Edit durchführen möchte, erwartet, dass er das vorher auf der relevanten Mailing-Liste oder lokal irgendwo auf einer Liste irgendwie thematisiert und sagt, hey Leute, ich habe mir das und das überlegt, was haltet ihr davon und dass das dann diskutiert wird. Weil auf die Weise die Chance besteht, dass mögliche Fehler gefunden werden, mögliche Probleme im Vorgehen und so weiter. Ich bringe jetzt mal so ein paar Beispiele, was alles schief gehen kann bei so einem mechanischen Edit. Angenommen mal, ich sehe hier im Yosem, ich lade mir Daten runter im Yosem für eine bestimmte Gegend und da sind so ein paar Gebäude drin. Und ich sehe, da ist so ein Ding, das was jetzt hier rot angezeichnet ist. Und es ist getaggt als Building equals Yes und Building ist mit einem großen B geschrieben. Das ist unüblich, das wird deswegen nicht als Gebäude erkannt. Das heißt, diese Daten sind da drin, aber auf der Karte erscheinen sie nicht. Und jetzt denke ich mir, super, ich ändere das einfach um, schreibe ein kleines B stattdessen hin und alles ist gut. In dem Moment, wo ich das hier tue, die Daten vor mir sehe und so, wenn ich es von Hand mache, ist das auch kein Problem. Aber jetzt bin ich von meinem Erfolg so beflügelt, dass ich sage, hey, super, ich schreibe jetzt ein Programm, das einfach überall in der ganzen Datenbank alle kleingeschriebenen Building gleich jetzt durch kleingeschriebenen ersetzt. Und sofort habe ich die Welt verbessert. Und dabei kann jetzt relativ viel schief gehen, weil es könnte zum Beispiel passieren, hier ein Beispiel, angenommen mal jemand hat ein Gebäude eingezeichnet und hat es aus Versehen mit einem großen B gemacht und hat sich gewundert, das erscheint gar nicht auf der Karte und hat dann irgendwie mit einem anderen Programm einfach nochmal das Gebäude eingezeichnet. Dann erschien es auf der Karte und dann war es schön. Jetzt habe ich die, ich habe also an der Stelle praktisch zwei überlappende Gebäude. Eins ist falsch getaggt, eins ist richtig getaggt. Kommt auf der Karte nicht zum Tragen, weil eben nur die kleingetaggten Buildings angezeigt werden. Und wenn ich jetzt mit meinem weltverbesserischen, hey, ich fixe das jetzt, ich ändere alle großgeschriebenen Buildings auf kleingeschrieben daherkomme, dann habe ich plötzlich an der Stelle zwei komisch schräg überlappende Gebäude. Das heißt, ich habe dann da einen Fehler, der vorher zwar auch schon da war, aber nicht sichtbar, den habe ich jetzt sichtbar gemacht. Anderer Fall, es könnte ja auch sein, dass so ein Gebäude, so ein nicht existierendes, so ein falsch getaggtes Gebäude irgendwo quer auf irgendwelchen Straßen drauf sitzt. Und ich das dann dadurch zum Leben erwecke, durch meinen automatischen Edit. Dann habe ich da so ein Gebäude mitten in der Pampa erzeugt. Dann ruft mich, dann kriege ich einen Change-Set-Kommentar von einem anderen Mapper, der sagt, hey, warum hast du denn da dieses komische Gebäude gemacht? Und dann sage ich, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Ich habe ja bloß hier was ersetzt. Und dann, also sowas, das sind halt unerwünschte Nebeneffekte von automatischen Edits. Oder auch sowas hier, das kommt jetzt auf der Ansicht etwas schwer rüber. Ein Fall, wo aus Versehen jemand alle vier Eck-Nodes von dem Gebäude auch mit einem Building gleich Yes-Tag versehen hat. Und zwar mit großgeschriebenem Building gleich Yes. Und jetzt gehe ich hin und ändere das. Und jetzt habe ich irgendwie da in dem Yosem-Editor habe ich jetzt praktisch plötzlich vier so kleine Mini-Buildings erzeugt, die nur Nodes haben. Also auch hier habe ich jetzt durch meinen gut gemeinten automatischen Edit ein Problem hervorgerufen, was vorher in der Form, vorher hatte ich da zwar schlechte Daten, aber niemand hat sie ausgewertet. Und ich habe jetzt dafür gesorgt, dass die schlechten Daten jetzt auch ausgewertet werden. Also hätte ich hingeschaut, dann hätte ich das gemerkt. Und wir haben das in der DWG öfter mal, dass wir Leuten auf die Finger klopfen und sagen, du hast einen automatischen Edit gemacht. Und dann sagt der, nein, habe ich nicht. Ich habe das alles genau angeschaut. Und dann sagen wir, aber das hättest du ja wohl gemerkt, wenn du dahin geschaut hättest. Stellt sich die Frage, warum machen denn die Leute das? Was motiviert denn die Leute zu solchen automatischen Edits? Und meistens ist das so ein bisschen dieses Gärtnern. Da wollen Leute einfach aufräumen. Da wollen Leute, die gucken irgendwo in die Liste bei Tag-Info oder so und dann sehen sie, oh, da gibt es ja so und so viel falsch geschriebene Tags. Hier ist ja irgendwas nicht schön, nicht aufgeräumt, nicht ordentlich. Und dann fangen sie vielleicht sogar an, einzelne davon von Hand zu verbessern. Und da denken sie sich, das ist ja ein Fass ohne Boden. Da könnte ich doch jetzt mal ein Skript schreiben, was das automatisch macht. Oder ich könnte mit Suchen und Ersetzen oder mit Overpass mir die Sachen alle runterladen, alles auf einmal ändern und die Welt ist sofort besser. Es gibt auch noch eine etwas dunklerere Motivation. Das ist so, ich weiß nicht, das kennen vielleicht auch viele von euch. Wenn man so computeraffin aufgewachsen ist, dann hat man ja öfter schon so Situationen gehabt, wo, also ich weiß nicht, als ich noch in der Schule war, da haben Leute noch mit Schreibmaschinen irgendwelche Essays verfasst oder so. Und dann kommt man hin und sagt, hey, pass mal, und dann gibt es eine Änderung, da sagt sie, oh Gott, ich muss alles nochmal schreiben. Und dann sagt sie, weißt du was, wir machen das mit dem Computer und das ist alles viel besser und viel einfacher und viel toller. Und also ich war in meinem Leben schon oft in Situationen, wo ich mit relativ wenig Zeitaufwand irgendjemand anders Tage seines Lebens sparen konnte an Arbeit, indem ich gesagt habe, hey, man kann das doch auch hier mit dem Computer machen. Was, das kann man mit dem Computer machen, das ist ja alles toll. Und diese Denke hat sich, glaube ich, auch bei vielen Leuten bei OpenStreetMap, die kommen da dran und die können vielleicht ein bisschen programmieren oder sind ein bisschen technikaffin. Und dann sehen die sowas, sowas irgendwie großgeschriebenes Building und dann sagen die, sind die blöd bei OpenStreetMap? Das wollen die alles von Hand verbessern? Da brauche ich doch nur zehn Minuten, da schreibe ich ein Skript, das macht das alles und alle werden mir dankbar sein. Und da wird oft nicht genug nachgedacht eben über die möglichen negativen Effekte von solchen Edits. Es hat also diese, ich persönlich bei OpenStreetMap empfinde das fast so ein bisschen als Beleidigung, wenn einer kommt und sagt, ich habe hier mal irgendwie das und das alles ersetzt, weil, so nach dem Motto, als ob wir zu blöd wären. Ja, wir könnten das auch ersetzen, wenn wir wollten, aber wir wollen das ja gerade nicht. Wir wollen ja, dass diese Sachen, also die Kunst ist ja, dass man vor Ort wirklich, dass man sich die Karte anschaut und dass man die Edits sorgfältig macht. Und wenn es einfach nur darum ginge, mit dem Rechen, mit dem Rasenmäher drüber zu gehen, dann könnten wir das auch. Da brauchen wir jetzt nicht irgendwie den Joe Hobby Hacker, der uns mal eben ein Search and Replace Skript schreibt. Also die Motivation ist dann immer so, ich wollte doch nur helfen, aber meistens ist es halt gut gemeint, nicht unbedingt gut gemacht. Mechanische Edits führen oft zum Beispiel dazu, dass dann, wenn man sich die Edits von so einem User anschaut, dass das dann solche riesigen Change Sets sind, die über die ganze Welt gehen. Weil wenn er ein Skript geschrieben hat, was irgendwie überall eine bestimmte Fehlerschreibweise korrigiert, dann sind halt irgendwie Edits in allen möglichen Orten auf der Welt. Das ist im Grunde jetzt nicht schlimm, aber das beeinträchtigt schon so ein bisschen die Übersichtlichkeit. Ein normaler Mapper verursacht in der Regel doch eher Change Sets, die relativ regional sind. Solche automatischen Edits sorgen auch dafür, dass ein falscher Eindruck von Aktualität besteht. Ich kann ja in der OpenStreetMap relativ leicht Analysen machen für ein bestimmtes Gebiet und ich kann sagen, wie alt sind denn jetzt hier diese Sachen? Wie aktiv ist denn die Gegend? Wie viel wird denn hier editiert? Und wenn da jetzt lauter Leute sind, die mit irgendwelchen mechanischen Edits da drüber gerannt sind, dann erweckt das eventuell für mich auf den ersten Blick den Eindruck, oh, hier wird ja viel editiert, hier ist ja viel los, da ist ja offenbar alles in guten Händen. Guckt man genauer hin, stellt man fest, dass irgendwie vor zwei Jahren zuletzt ein Einheimischer irgendwelche Edits gemacht hat und alles, was seitdem gelaufen ist, sind irgendwelche Leute, die mal gerade die Bäume von A nach B umgetaggt haben und dann wieder irgendwas anderes, irgendwelche Schreibweisen gefixt und so weiter und so weiter. Also das kann man natürlich dann auch versuchen gegenzurechnen, aber das ist ein blöder Seiteneffekt von solchen automatischen Edits. Die fehlende Kenntnis von Ort und Sprache der Leute, die solche automatischen Edits machen, führt halt auch oft zu Missverständnissen und oft dazu, dass irgendwelche Sachen, die tatsächlich vielleicht richtig sind, wo irgendeiner sagt hier, nee, also in Deutschland gibt es das und das, aber einfaches Beispiel, Schreibweise des Wortes Straße, in Deutschland mit scharfen S, in der Schweiz mit Doppel S. Da kam halt auch mal irgendwie einer und hat so ein Bot geschrieben und hat gesagt, hier in Deutschland, da gab es eben auch viele falsch geschriebene Straßen, die mit Doppel S eingetragen waren, hat er gesagt, super, ich ersetze das alles und hat da bei der Gelegenheit natürlich auch noch große Teile der Schweiz mit ersetzt, was die Schweizer dann etwas verärgert hat. Also das ist dann einfach, deswegen sagen wir, auf mindestens mal vorher diskutieren, weil dann ist die Chance relativ hoch, dass wenigstens in der Diskussion vielleicht einer den Grips hat zu sagen, Moment mal, passt das auch in der Schweiz? Mechanische Edits, also zusammenfassend kann man vielleicht sagen, mechanische Edits machen oft aus offensichtlich falschen Daten, Daten, die immer noch falsch sind, aber es ist nicht mehr so offensichtlich. Ja, also ich habe irgendwo in der Gegend sind viele falsche Edits und ich bügele da jetzt drüber und ersetze so ein paar Tippfehler und so. Die Edits werden dadurch nicht unbedingt richtiger. Eigentlich braucht es jemand mit Ortskenntnis, der diese Gegend anschaut und diese Sachen fixt und nicht irgendjemand, der von 500 Kilometer entfernt mal eben sagt, ich verbessere das hier mal für euch, ich kenne mich da zwar nicht aus, ich war da noch nie, aber das kann ja nicht sein, dass das so und so getaggt ist. Also, wenn das, was ich eben gesagt habe, alles doof ist, was für mechanische Edits machen denn dann Sinn oder wie kann man denn, wenn man jetzt tatsächlich sagt, gut, es gibt hier so ein altmodisches Tag, das ist irgendwie, macht keinen Sinn mehr und das muss jetzt irgendwie verändert werden, so, was kann man, was kann man machen, was sind vernünftige Herangehensweisen an das Thema. Erstens mal Problem analysieren. Wenn ich jetzt finde, da sind irgendwelche Tags falsch benutzt, dann sollte ich mal analysieren, ist das vielleicht ein Fehler in einem bestimmten Editor, dass da immer wieder dieses Tag falsch benutzt wird? Ist das ein bestimmter User, der es nicht geblickt hat, der das immer falsch macht? Dann sollte ich vielleicht mal mit dem Benutzer kommunizieren, was genau ist denn die Ursache dieses Problems, das ich hier beheben will? Weil einfach so Problem beheben, dann geht das vielleicht gerade so weiter. Der kaputte Editor fügt weiter die falschen Tags ein oder der Benutzer, der es nicht verstanden hat, macht weiter. Also, Problem analysieren, kommunizieren und dann überlegen, gibt es vielleicht andere Möglichkeiten als einen mechanischen Edit? Es gibt zum Beispiel immer wieder diese Wochenaufgaben, wo halt die Community sagt, hey, lasst uns jetzt mal gemeinsam bestimmte Sachen suchen und verbessern. Von Hand dann eben, mit Ortskenntnis, jeder in seiner Gegend. Oder eine MapRoulette-Challenge. MapRoulette ist so ein System, eine Software von dem Martijn van Exel, der jetzt in Amerika wohnt. Das ist so ein bisschen so ein spielerisches System. Da kann man sich einloggen und sagen, okay, ich habe jetzt mal zehn Minuten Zeit, hier ein paar Sachen zu fixen und ich mache jetzt mal bei der korrigiere falsch geschriebene Buildings-Challenge mit. Und dann zeigt einem das praktisch zufällig irgendwelche Bereiche auf der Karte. Man kann auch sagen, ich mache aber nur in Deutschland, weil da kenne ich mich besser aus und so. Wo irgendwelche solchen von der Software entdeckten Fehler sind und dann kann man das im Editor von Hand verbessern. Wenn man am Ende doch zu der Überzeugung kommt, wir müssen einen mechanischen Edit machen, das ist für diese konkrete Situation am sinnvollsten. Dafür gibt es, wie gesagt, diese Code of Conduct, den ich vorhin kurz gezeigt habe aus dem Wiki. Dann sollte man eben wirklich darauf achten, dass man diese Regeln ordentlich einhält, dass man vorher diskutiert, dass man genau möglichst auch sein Code veröffentlicht und sagt, mit diesem Programm will ich jetzt da was machen oder mit dieser Vorgehensweise, damit andere Leute sich einen Eindruck verschaffen können. Die Stärke von OpenStreetMap sind Edits von Menschen mit Sach- und Ortskenntnis. Und nicht Leute, die wissen, wie man das Wort Straße richtig schreibt und die aber tausend Kilometer entfernt wohnen und einfach mal drüber bügeln und sagen, ich repariere das mal für euch. Kommen wir jetzt zu Importen. Datenimporte haben oft auch das Problem, dass sie von Leuten gemacht werden, die keine Sach- und Ortskenntnis haben. Manchmal ja, manchmal nein. Also es kann natürlich sein, einer wohnt in Rostock und sagt, die Stadt Rostock hat uns jetzt hier Gebäudedaten gegeben, ich importiere die. Aber oftmals ist es auch echt so, dass einer einfach auf den Webseiten von irgendwelchen amerikanischen Behörden rumsurft und sagt, oh, da habe ich was gefunden, ich wohne zwar in Deutschland, aber ich haue das da mal rein. Sieht die Karte danach schöner aus. Da passiert dann halt so Mist wie, nehmen wir mal zum Beispiel hier, das ist ein Amerika-Datenimport. Da hat jemand also die Grenzen von irgendwelchen militärischen Sperrgebieten importiert. Und wie man hier deutlich sieht, sind die also komplett disjunkt von den eigentlichen Küstenlinien, obwohl die eigentlich auf der Küste liegen sollten, weil es halt verschiedene Datenquellen sind. Niemand hat sich die Mühe gemacht, die irgendwie zu richtig aneinander anzupassen, weil der, der die Sperrgebiete importiert hat, der hatte sich überhaupt nicht angeguckt, diese Karte, sondern hat das halt reingeklatscht. Und dann passiert halt sowas. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass selbst hier noch die Gebiete, da wo diese Sumpfflächen sind mit den blauen Strichen, dass das auch noch irgendwie nicht zusammenpasst mit dem Rest. Also das ist wieder, das ist typisch in Amerika, werden sehr viele Importe gemacht und das sind sehr viele, sehr wenig aktive Leute. Das hier ist ein Import in Helsinki. Ja, da hat halt einer irgendwie mal irgendwelche amtlichen, in Finnland hat einer amtliche Daten genommen und dann entsteht hier sowas wie, rechts ist ganz viel Wald, links ist kein Wald. Das ist halt einfach, ja, der hat halt zwischendurch aufgehört oder keine Ahnung, jemand hat ihm gesagt, dass es aber irgendwie falsch ist oder die Lizenz nicht stimmt oder weiß der Kuckuck. Und dann passieren halt solche Sachen. Natürlich, das behebt sich mit der Zeit, aber das ist irgendwie auch Quatsch. Hier haben wir was aus Indonesien. Da hat irgendeiner Landnutzung, also Wohngebiete importiert. Das sind diese grauen Kreise, die man hier sieht. Der hat also irgendwie einfach irgendwelche Punkte gehabt und hat dann anhand von der Einwohnerzahl gesagt, na, das wird wahrscheinlich ungefähr so ein großes Gebiet sein. Aber pff, mach ich halt mal. Oder hier wieder aus USA ein Grenzimport. Das ist halt irgendwie eine Grenze zwischen zwei Bundesstaaten. Ich glaube, der eine ist Oklahoma und der andere weiß ich gerade nicht. Dann die Grenze zwischen Counties und noch irgendwelche Stadtgrenzen. Alles mal reingehauen. Es passt, also es ist garantiert nicht so, dass dazwischen irgendwo niemand Land ist zwischen diesen Linien, sondern die gehören garantiert aufeinander. Aber wenn man halt ohne sich die Sache anzugucken den Mist importiert, dann kommt halt sowas bei raus. Das ist ein Import aus Japan. Das sieht man dann daran, dass plötzlich unglaublich viele komische, großbuchstabige Tags irgendwie, die irgendwo aus diesem Shapefile von dem Import stammen, mit reingehauen werden. Und hier als Bonus noch ein Tag, wo nochmal die Koordinaten drinstehen. Und dann, falls man das nicht versteht, nochmal einzeln Latitude und Longitude, damit es auch ganz klar ist. Also, ja, ohne Sinn und Verstand einfach irgendeinen Shapefile genommen und reingekloppt. Oder hier haben wir was, das ist Damaskus. Da hat jemand Berge importiert. Und aus irgendeinem Datensatz, irgendeinem offenen Datensatz. Und wenn man sich hier anschaut, ja, die sind ja alle hier relativ schön. Da gibt es immer so Linien. Die sind in einem relativ guten Raster. Und das liegt halt daran, dass die Koordinaten gerundet waren in diesem Shapefile, was da importiert wurde. Und die sind also definitiv falsch. Diese Berge, die sind nicht da, sondern es sind irgendwelche, es ist irgendwelcher importierter Mist, wo sich halt irgendjemand gedacht hat, oh super, ich habe hier ein freies Shapefile gefunden. Ich hau das mal rein. Kann ja nur besser werden, aber wird halt nicht besser. Importe sind oft handwerklich schlecht gemacht. Und deswegen müssen sie auch vorher diskutiert werden, damit wenigstens die Leute, die wissen, wie man es handwerklich besser macht, den Leuten ein bisschen unter die Arme greifen können. Aber das ist nicht das einzige Problem mit Importen. Importe haben auch eine negative Auswirkung auf die Community. Das hier ist ein alter Graph. Das ist eine ältere Untersuchung. Das hier unten sollte Bild heißen. Und ich bitte eine ältere Untersuchung über einen Import, der in den Niederlanden stattgefunden hat. Und ihr seht, die rote Kurve ist der Anstieg der Community in den Niederlanden. Also wie viele Mapper haben wir in den Niederlanden? Und man sieht, dass da kurz hinter dem Import ein Knick ist. Da haben sich also dann weniger Leute dafür interessiert, mitzumachen bei OpenStreetMap, weil man gesagt hat, ist ja schon alles da. Was soll ich denn da noch eintragen? Ist ja irgendwie hier schon alles vollständig und so. Der Matt Amos hat damals eine Schätzung gemacht, das ist hier nur eine Simulation und ist sehr schwierig. Also das ist immer so diese Was-wäre-wenn-Frage. Also wenn wir jetzt keinen Import gemacht hätten, wie sähe es denn dann aus in dem Land? Sehr schwer zu beurteilen. Er hat aber aufgrund von verschiedenen, nicht ganz unvernünftigen Annahmen, mal diese Simulation ausgerechnet. Das ist praktisch hier diese rote Kurve, stellt ein Land da so ein bisschen ähnlich, wie das in Deutschland ist, wo wir fast keine Importe gemacht haben, wo es also relativ langsam anwächst, die Datenmenge, bis dann oben bei 90 Prozent fertig ist sozusagen. Die Datenmenge wächst langsam an, es kommen dann aber immer mehr Mapper hinzu, die enthusiastisch sind, die mitmachen, die sagen, hey, ist ein cooles Ding, ich trage hier auch dazu bei, ich bringe meinen eigenen Ort auf die Karte und so weiter. Wenn ich andersrum einen Import mache, das ist die oberste Kurve, ist praktisch, ich importiere 20 Prozent der Daten aus irgendeiner amtlichen Quelle, dann führt das dazu, dass ich zwar am Anfang besser dastehe, eine ganze Zeit lang, und ich kann sagen, hey, super, guck mal hier, die Karte sieht doch schon ganz gut aus, aber es fällt mir auch wesentlich schwerer, Leute zu motivieren, mitzumachen, weil die Leute sehen, dass alles, was da schon fertig ist, ist da so reingerotzt worden, aus irgendwelchen amtlichen Daten, ja, da ist ja schon alles da, was soll ich denn da noch machen, oder was auch oft heißt, ja, das sind ja jetzt die amtlichen Daten von letztem Jahr, und wenn ich da einen Fehler finde, ach, weißt du was, ich warte einfach bis nächstes Jahr, weil da kommt dann bestimmt wieder ein Update von den amtlichen Daten, und dann ist das drin, und die Leute fallen dann in so eine Lethargie, die Community baut sich schlechter auf, und es dauert insgesamt länger, bis man eine vollständige Karte erreicht. Also, Importe können, kein Gesetz, aber es besteht schon die Gefahr, dass Importe den Enthusiasmus der Community gefährden, oder in Ländern, wo vielleicht noch sehr wenig Daten da sind, vielleicht sogar ersticken können. Also, wenn man jetzt da irgendwo in afrikanisches Land geht und sagt, wisst ihr was, wir helfen euch jetzt mal, wir importieren diese ganzen Sachen, und dann habt ihr schon mal was, womit ihr starten könnt, da kann es also auch sehr gut sein, dass man den Leuten damit einen Bärendienst erweist, und dass am Ende eigentlich das Ganze viel länger dauert. Aber, wenn das alles, was ich eben gesagt habe, Mist ist, was kann man denn dann besser machen? Wie kann man denn Importe machen? Eine wichtige Sache, Importe sollten nur mit Ortskenntnis gemacht werden. Es sollte auf jeden Fall vermieden werden, dass irgendjemand, der schlimmstenfalls in einem anderen Kontinent wohnt, irgendwelche Daten importiert von einer Gegend, wo er keine Ahnung hat. Bestenfalls sollten Leute, die in der jeweiligen Stadt oder Region wohnen, einen solchen Import machen, weil man da einigermaßen hoffen kann, dass sie wenigstens wissen, womit sie es zu tun haben. Man sollte auf jeden Fall versuchen, bei so einem Import irgendwie eine Community einzubeziehen, dass man also sagt, ich habe hier Daten bekommen, die sind gut für OSM, die kann man importieren, aber ich teile die jetzt mal vielleicht auf in kleine Häppchen, und ich sage, Leute, helft alle mit, jeder nimmt sich so ein kleines Häppchen, lädt das in den OSM-Editor, überprüft es, dass es auch mit den bestehenden Daten nicht kollidiert und so weiter und so weiter und dann importieren wir das. Und wenn man dann, wenn man es auf die Weise schafft, eine größere Gruppe von Leuten zu motivieren, mitzumachen, dann hat man auch nicht so sehr diesen Erfolg, diesen Effekt, Daten sind reingerotzt worden, keiner kümmert sich drum, sondern dann hat man mehr den Effekt, dass da einzelne Leute sind, die sagen, ich habe da mitgeholfen, ich fühle mich da auch so ein bisschen verantwortlich, das sind mit auch meine Daten und ich helfe da mit. Wenn man das alles nicht machen kann, wenn man sagt, das passiert oft genug, das hört man immer wieder von Amerikanern, ach, wir haben so ein großes Land und so wenig Leute, die mithelfen, ich muss einfach diese Daten importieren, sonst wird die Karte ja nie fertig. Da sage ich halt, ja Leute, das ist doch egal, ob die Karte erst in fünf Jahren fertig wird oder so, ja, dann wartet einfach lieber noch, weil das Wesentliche an OpenStreetMap ist, dass wir halt die Menschen dahinter haben, die sich auch um die Daten kümmern und wenn ihr da einen Import macht und die Daten reinhaut, dann fehlen euch eben diese Menschen, dann kriegt ihr die auch nicht zusammen und dann habt ihr einen Short-Term-Gain, einen kurzzeitigen Erfolg, aber langfristig schießt ihr euch damit ins Knie. Und das ist das Ende von meinem Vortrag. Vielen Dank, Frederik. Gibt es Fragen? Du hast dich ja im ersten Teil gegen die mechanischen Edits ausgesprochen und teilweise mit dem Argument, dass dadurch offensichtlich falsche Sachen weniger offensichtlich falsch werden. Ist das nicht auch bei einem manuellen, einfachen Korrektur von Fehlern oft so, wenn keine Ortskenntnisse damit verbunden sind? Also könnte man nicht auch sagen, wenn ich einen Fehler finde, manuell, und keine Ortskenntnisse habe, dass ich den nicht beheben sollte, sondern eher den ursprünglichen Mapper aufmerksam machen sollte, dass da was falsch ist und es dann von ihm mit Ortskenntnis beheben lassen sollte? Also im Grunde ist das natürlich immer super, wenn ich das hinkriegen kann, dass jemand mit Ortskenntnis irgendeinen Fehler behebt. Ich würde mal sagen, da hängt das dann auch so ein bisschen vom Fehler ab. Wenn das jetzt wirklich so etwas ist, wie mein blödes Beispiel mit diesem falsch geschriebenen Building oder so, da geht es hauptsächlich darum, dass überhaupt irgendein Mensch sich das auf der Karte mal anschaut mit dem Luftbild dahinter und einfach sein Gehirn einschaltet. Und dann kann das auch jemand ohne Ortskenntnis machen. Aber wenn es jemand mit Ortskenntnis macht, ist es immer besser, weil der kann dann vielleicht auch sofort erkennen, ah, das ist ja die und die Art von Gebäude, die bei uns häufig ist. Und dann schreibt er vielleicht bei der Gelegenheit statt Building gleich Yes gleich noch hin, Building gleich irgendwas Spezielleres oder sowas. Das ist ja auch immer, wenn die Leute erst mal anfangen, da war damals die Diskussion, als bei uns in Deutschland, als der Schleckermarkt pleite gemacht hat. Da hieß es dann auch, wo ist der Kollege Sven, der Sven Gegos hat gesagt, lass uns die doch einfach alle ersetzen, lass uns alle diese Schleckermärkte irgendwie alle auf geschlossen setzen oder so, weil die sind ja jetzt alle pleite. Und da habe ich halt auch dagegen gehalten, habe gesagt, lass uns doch das lieber, also wenn da jetzt ein Schleckermarkt ist, der noch nicht von einem Mapper aus der Region auf geschlossen gesetzt wurde, dann heißt es ja, das ist ja praktisch ein Indikator, diese Gegend hat zu wenig Aufmerksamkeit. Dann lasst uns doch lieber das so versuchen, die Leute zu motivieren, da mal hinzugehen und bei der Gelegenheit vielleicht fallen denen auch noch drei andere Sachen auf, die nebendran sind und die eigentlich auch mal gefixt werden müssten. Also das, ja, natürlich geht das nur, wenn man die Manpower zur Verfügung hat. Wenn es dann so ist, dass irgendwie nach zehn Jahren die Schleckermärkte immer noch alle als offene Supermärkte in der Karte sind, dann ist das die Open-Street-Map-Situation in dem jeweiligen Land vielleicht etwas problematisch. Ich glaube, das war hier noch eine Frage. Gut, es gab noch eine Frage. Glaubst du, dass es vielleicht Sinn machen würde, so Fehler wie, Building wird groß geschrieben, anstatt klein, dass man da irgendwelche Validierungen oder so einfügen könnte, damit die User vielleicht auch gebildet werden? Hey, Building wird immer klein geschrieben und dass sie das dann in Zukunft auch von sich aus richtig machen, oder? Es gibt schon sehr viele Validierungen. Also es gibt ja einmal in den Editoren solche Presets, dass man einfach nur noch Gebäude auswählt und der Editor stellt dann die Tags richtig ein. Da kann das dann schon gar nicht mehr passieren, außer der Editor ist falsch programmiert. Und es gibt auch viele Warnungen jetzt beim Jossen, wenn du irgendwas hochlädst, was irgendwie fishy ist, kommen gleich irgendwelche Pop-Ups, Achtung, bist du sicher und so. Also da gibt es schon Vorkehrungen und es gibt auch Qualitätstools, wie zum Beispiel das KeepRite.at oder den OSM-Inspektor oder sowas oder von den Franzosen, das Osmose, wo irgendwelche falsch geschriebenen Sachen oder seltsamen Sachen rot markiert werden und man dann das sehen kann auf der Karte, dass da was Problematisches ist. Und das ist das Problematisches.at Und das ist das Problematisches.at